Hallo Freunde der Glemmbrüsteine, Willkommen auf meinem kleinen Kanächen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil von diesem Mountain View Observatorium. Wenn ihr den ersten Teil komplett schauen möchtet, habe ich euch oben einen Link eingeblendet. Könnt ihr draufklicken, seht ihr das komplett. Ansonsten machen wir eine ganz kurze Rückreise, was wir so bisher gebaut haben. Wir haben zum einen eine mega coole Außendeko gebaut. Ich zeige euch das mal her. Einen super Baum, schöne Felsen, zwei Millionen Käse Ecken gefühlt, eine schöne Treppe und auch die letzte Seite ist noch ein wenig gestaltet. Von innen, ich kipps euch mal so ein bisschen, ich hoffe es fällt mir jetzt nicht runter. Wir haben hinten eine riesen Monitorwand, auf der die zwölf Sticker fehlen, die da drauf sollen. Waren es zwölf? Ich glaube, viele. Eine schöne Ecke. Hier neben haben wir noch so ein... erstmal die Schubladen wieder rein. Hier drüben haben wir noch so ein Schlafbereich. Da ist die Treppe für das Obergeschoss. Hier haben wir so ein Technikraum gebaut, hinter der Glastür. Dann kommen wir wieder zurück. Ein Tisch mit Pizzakarton, einen schönen Schrank, wo die Schubladen alles rausrutschen. Ja, normalerweise kippt man das hier auch nicht. Dann haben wir gebaut, kann ich euch ja so zeigen, oder? Ja, ich baue eh gleich hier weiter. Ein Obergeschoss, von außen jetzt weniger spektakulär wie unten, aber schön gestaltet. Schwarze Fensterrahmen, bisschen Mauerwerk, schöne Ecken. Abflussrohr wurde auch gedacht. An Fallrohr heißt das, fachmännisch. Und von innen haben wir auch hier viel gestaltet. Bücherregal, eine Vitrine, ein Arbeitsbereich, eine Kappemaschine, ein Wasserspender, eine kleine Rakete, eine zusätzliche Minifigur, die nicht als Minifigur aufgeführt ist. Ja, macht Spaß. Sehr viele Details. Alles Sprints, was ihr bisher gesehen habt. Aufkleber habe ich keine angebracht. Sind natürlich auch welche dabei. Das war so das, was wir bisher so gebaut haben. Und jetzt geht es mit dem vierten Bauabschnitt weiter. Ich freue mich da schon tierisch drauf, weil es macht einen mega Spaß, dieses Ding zu bauen. Ich habe jetzt das erste Obergeschoss abgeschlossen. Innen drin hat sich nicht mehr viel getan. Wir haben hier eine weitere Treppe gebaut für das nächste Stockwerk. Wir haben hier eine Glastür eingesetzt als Eingangsbereich. Und hier hinten in diese Auslage, da, da sollen eine Handvoll einmal zwei Fliesen, teilweise bedruckt, reingesetzt werden. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil sie mir sonst permanent in dem Set rumfliegen würden. Wir haben auch so ein bisschen was gestaltet, was ein bisschen blöd aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier auf der riesen 6x6 Fliese dieser Mountain View Observatorium Aufkleber drauf soll. Hier neben haben wir eine gelbe Fliese. Da kommt der auch über die Öffnungszeiten drauf. Und hier haben wir so ein Engelsding drauf. Da kommt die Jahreszahl 2015, hier so ein grauen Aufkleber in diesen Ninjago-Schild-Design-Form, dass der drauf sollt. Ja. Ansonsten haben wir wieder ein paar schöne blaue Elemente eingesetzt und oben drauf alles gefließt. Und damit ist dieses Stockwerk soweit abgeschlossen. Als nächstes darf ich einen Baum bauen, der vor das Gebäude an diese Stelle gesetzt wird. Und ich freue mich schon wie ein Schnitzel da drauf. Ja, ich habe jetzt diesen Baum hier gebaut. Und der Bau dieses Baumes hat meine Erwartungen voll erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist Grütze nach dieser Anleitung diesen Baum mit diesen Teilen zu bauen. Dieses Braun ist auf der Anleitung nicht zu erkennen, wie es angeordnet wird. Ich konnte teilweise nicht mehr erkennen, wo ich diese Blätter anbringen sollte. Ich habe den zum Teil gebaut nach Anleitung und habe dann versucht nach Anleitung weiterzubauen. Und dabei ist sie mir fünfmal zerbröselt. Dann hatte ich auf gut Deutsch die Schnauze voll, habe die nächsten fünf Bauschritte mir die Teile hingelegt, also alles was braun war im Prinzip, und habe ihn einfach dann noch eigenen gut zusammengebaut. Wir haben eine kleine Fledermausfigur drin. Ich mache euch ein Foto, das ist schwarz auf braun, dunkelbrau im Hintergrund, das ist nicht zu erkennen. Und die hat halt eine etwas geringe Klemmkraft, die eine Noppe, die fällt mir permanent runter. Nicht, wenn sie da steht, oder wenn man ein bisschen das Set bewegt, sondern einfach, wenn man leicht dagegen kommt, reicht das schon aus und Batman geht auf Verbrecherjagd. Baum. Ansonsten recht cool. Was sagt ihr hier? Meine eigene Kreation. Wahnsinn, oder? So, der wird hier hingesetzt und dekoriert dieses Set. Er kommt. Also ich bin zufrieden, oder? Ich hoffe, der Thomas ist auch zufrieden. Der kann den gern wieder zerlegen und kann ihn selbst bauen. Ich sage dir, das koste ich pro Minute ein Jahr Lebenszeit. Ganz ehrlich, es ist nicht sonderlich toll. Ja, jetzt fange ich die nächste Etage an, jede Menge Blades und wieder Steinchen und dann, da freue ich mich schon drauf, bin ganz gespannt, was für Überraschungen das Set in der nächsten Etage für mich bereithält. Wir haben mit dem vierten Bauabschnitt die Basis für die Kuppel gebaut. Das letzte Stockwerk, cool gebaut, Blades übereinander, dann mit Blades stabilisiert und dann eine komplette Lage Bricks drumherum geschaufelt, um im Außenbereich eine gewisse Höhe zu erreichen, um das optisch aufzuwerten. Wir haben den Außenbereich hier komplett gefließt, mit Fliesen in einer guten Qualität. Ich komme mal ein bisschen näher, guck mal, ob ich den Glanz irgendwie rüberkriege. Ja, es sind ein paar Finger dazu jetzt von mir drauf, aber die Fliesenqualität ist gut. Etwas schade finde ich, dass wir hier diesen runden Balkon haben. Es gibt auch Viertelfliesen, mit denen, also Viertelkreisfliesen, ich weiß nicht, wie sie heißen, um hätten wir hier auch noch auskleiden können. Vielleicht kommt es noch, ich weiß es nicht. Ansonsten schön gemacht, auch das Geländer rundherum schön gemacht, natürlich oben alles gefließt, allein schon um das Geländer zu stabilisieren. Rund um die Kuppel haben wir mit Blade Modified, mit Rail, haben wir hier so eine Kante gebaut und haben die auch komplett gefließt. Generell hat der Designer dieses Sets sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, möglichst alle Noppen irgendwie zu bedecken, außer eben bestimmte, vielleicht kommt hier auch noch Deko drauf. Wir werden es rausfinden. Und dann haben wir die Kuppelmauern gebaut, beziehungsweise haben wir rundherum Fenster reingesetzt. Einfach nur eine Knalle. Ich finde das optisch so cool. Wir haben eine schöne Tür gebaut. In TransBlack ist sie übrigens genau wie die Tür im ersten Stock auch. Eine TransBlack Tür mit einem schwarzen Rahmen, der da drauf geklebt ist. Der kann ja nicht gesteckt sein. Ich denke, was ist geklebt, das ist eine Einheit. Ist aber erhaben, also ist haptisch zu erfüllen und sieht cool aus. Ansonsten jede Menge schwarze Fensterchen. Die Mauern sind aus diesen 1x5 Bricks oder 1x6 Bricks gebaut. Hinten etwas erhöht. Also hinten ist eine 1x1 Brick drunter, weil wir hier vorne zum einen mit 1x1 Brick Modified, mit Noppen an der Seite, sowie auch mit diesen Säulen-Elementen hier gearbeitet haben, um das optisch zu verfeinern. Finde ich cool gemacht. Sieht klasse aus. Macht mega Spaß. Innen drin habt ihr bisher noch nichts getan. Wir haben irgend so einen gelben Kreis, gelb-schwarzen Kreis da drauf gezimmert. Ob der an der richtigen Stelle sitzt, werden wir auch noch rausfinden. Ja, schönen Treppenhausaufgang, prima. Ich bin jetzt hier kurz vor Ende des 5. Bauabschnitts und wir haben diese Etage fertiggestellt. Das erkennt man daran, weil wir hier eine Leiter haben, äh eine Leiter, eine Treppe haben, die nach oben geht. Und im nächsten Bauabschnitt fange ich an, oder im nächsten Bauschritt, wir sind immer noch im 5. Bauabschnitt, fange ich jetzt an, die Kuppel zu gestalten. Das heißt, die wird auch einen Boden bekommen und wird innen begehbar sein, sozusagen. Ja. Bevor ich auf die Außendeko komme, wir haben hier überall an den Kanten mit Hingeplates praktisch die Ecken so ein bisschen gestaltet. Dann auf C-Clamps diese Leiterelemente, das sind so leicht gebogene Leitern, ich weiß nicht genau, was es ist, rundherum dran gemacht. Wir haben C-Clamps mit senkrechten Stangen an 1x1 Brick Modifieds mit Noppen an der Seite dran gemacht. Innen haben wir an allen Ecken Fliesen drauf und unten drunter Trans-Orange als Lampe, sage ich jetzt mal. Wir haben einen schönen Mittelkreis gestaltet, da wird das Observatorium, also die Kuppel, das Teleskop, was auch immer, wohl mit befestigt, sieht auch mega cool aus. Hier drüben haben wir so zwei Banner, da ist noch so ein Aufkleber drauf. Ich klappe die jetzt nur mal hoch, damit ich sie nicht abreiße. Hat sich gerade erledigt. Dann haben wir hier ein schönes Teleskop gebaut, das finde ich mega cool. Wir haben zwei kleine Ferngläser hier angebracht, ein Fahnenmast und eine kleine Funkantenne. Ja, und dann kommt das hier so oben drauf. Ich habe schon, das kann nicht wahr sein. Ihr habt das schon wieder abgerupft, das ist mir schon zweimal passiert. Das seht ihr mal, das habe ich extra gemacht, was ich euch zeigen kann. Das sind so Viertelkreise, die dann hier, die Wände, die so ein bisschen wabbelig wären, werden halt so stabilisiert. Feine Sache. So, jetzt mache ich die zwei Banner noch dran. Gucken, da gibt es eine Seite mit Angusspunkt und eine ohne. Dachte ich, wird schon gut sein. So, und dann hätten wir diese Etage abgeschlossen. Mit dem fünften Bauabschnitt haben wir jetzt hier angefangen, den oberen Teil der Kuppel zu bauen. Der ist außen wunderschön verkleidet, überall Käse-Ecken oder so eine Pyramiden-Ecke drauf. Finde ich echt cool. Hat natürlich zuvor wieder, dass ich im nächsten Bauabschnitt mich mit hunderten von diesen Käse-Ecken rumschlagen darf. Wir haben auch einen Leuchttel hier dabei. Der leuchtet bei mir nicht, weil keine Batterien dabei waren und ich keine zwei von diesen Batterien da habe. Das sind Knopfzellen, zwei Stück. Tja, schade. Können wir mit leben. Innen haben wir ein bisschen Print. Der Monitor soll wieder ein Aufkleber drauf. Schade. Ansonsten ein bisschen Zeug angedeutet. Ja, ich habe es jetzt durchgezogen bis zum Schluss. Habe die Kuppel fertig gebaut. Ich finde das Ding sieht mega cool aus. Hier hinten haben wir so ein Knubbelchen dran. Da ist übrigens der Leuchtschein, der nicht leuchtet, weil ich keine Batterie habe. Aber hier ist so ein Knubbelchen. Wir können dann hier das Ding aufmachen. Dann kann man hier hinten drehen. Dann kann man das Teleskop hoch und runter drehen. Finde ich ganz nekkig. Finde ich echt cool. Alles super. Dann können wir hier das Dach abnehmen. Dieser Verschluss läuft hier übrigens oben in der Blade Modified mit Rail. Hier unten ist auch dieselbe Rail. Und dann läuft das hier hinten wie auf Schienen wie ein Schwebetürenschrank. Echt cool. Wie ihr seht, recht stabil. Klar, muss man hier ein bisschen vorsichtig beim Absetzen machen. Und dann können wir mal, hey, machen wir das mal so. Dann gucken wir hier rein. Was wir da gestaltet haben. Schränkchen, Monitore, Überwachungsgeräte. Alles da. Und damit wir noch besser reingucken können, können wir hinten noch ein Teil abmachen. Und dann seht ihr auch hier den Mechanismus mit dem Zahnrädchen, Achse dran. Läuft hier auf dem Zahnrad. Ganz simpel gemacht. Aber cool. Finde ich echt klasse. Dann baut man die auch genauso ruckzuck wieder zusammen. Achso, das Teil habe ich vergessen einzubauen. Das gehörte ich irgendwo ins Teleskop in die Mitte rein. Das hat nachher übrig gehabt. Dann habe ich die Rückgeblättert. Dann habe ich gesehen, dass es da fehlt. Das Ding hält trotzdem. Hier unten schön in die Rail rein. Angedrückt. Funktioniert. Die haben übrigens hier in Stoppen eine 1x1 Round Brick, dass man die nicht rausziehen kann. Cool gemacht. Und das setze ich jetzt aufs Gebäude drauf. Und dann gucken wir uns das Gebäude schnell im Fazit nochmal an. Bevor wir uns das Z-Nummer so kurz anschauen, 1, 2 Worte zur Anleitung. Schwierig. Also, der normale Bau, der normalen Elemente, die ganzen Gestaltungen, Deko, alles super zu bauen nach der Anleitung. Schwierig wird es bei den Bäumen, bei allen beiden. Ich konnte das Braun da drin nicht erkennen, wo ich was hinstecken sollte. Beim Weißen hatte ich auch ein bisschen Probleme. Aber wenn man genauer guckt und sich die Teile vorher hingelegt hat, die man für den Bauschritt braucht, kriegt man es hin. Gar keine Frage. Ist halt eine Nummer schwieriger. Problematisch ist, dass ab und zu auch mal, also ich kann mich an zwei konkrete Fälle erinnern, da waren auf einmal vier Käse-Ecken da und ein 1x1 Brick an der anderen Stelle, den ich vorher da nie hinsetzen sollte, laut Anleitung, der dann einfach da war. Gut, steckt mir hin, es hat alles gepasst, es ist stabil. Man kann also noch bauen, es ist nicht ganz so einfach. Auch der Farbcode ist mitunter schwierig, wenn es darum geht, dark green und green, dark blue und blue, sowie transparente oder bunte transparente Teile zu differenzieren. Sehr schwierig. Da muss man einfach gucken, was da ist und was logisch ist. Vielleicht auch mal ein, zwei Bauschritte vorgucken. Und dann findet man dann raus. Es ist eine kleine Herausforderung, aber es funktioniert. Kommen wir zum eigentlichen Set. Das Set ist wunderbar zu bauen. Es hat hier mit dem Erdgeschoss angefangen. Die ganzen Details hier in dem, schon in dem ersten, ersten Bauabschluss, in den ersten beiden, war so umwerfend. Und das hat einen richtig gefesselt und hat ihn, ja, hat mich an das Set gebunden. Ich wollte das unbedingt fertig machen. Es hat echt Spaß gemacht zu bauen. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier, wir fangen mal hier drüben an. Da haben wir so ein Schränkchen in der Ecke, also an der Wand. In der Ecke eine Fliese, kommt ein Aufkleber drauf. Wir haben einiges an Aufkleber. Wir haben aber auch einiges an Prints. Die Aufkleber sind recht schön, glänzend, sehen super aus, sind recht dünn. Aber ich habe sie halt nicht angebracht. Ist nicht mein Set. Kann diejenigen selbst gucken. Ich weiß nicht, wenn man die falsch aufgeklebt hat, ob man die nochmal runterkriegt, ohne dass sie kaputt gehen. Das soll derjenige machen, der das Set bezahlt hat. So, dann geht hier drüben weiter. Ein paar Kistchen. Da an der Wand noch ein Monitor, wo ein Aufkleber drauf sollte. Ansonsten, was ihr seht, sind alles Prints. Das sind nämlich auch eine Menge Prints mit dabei, muss man auch mal so sagen. Ja, hier drüben haben wir den Technikraum dann noch. So, der hatte auch Spaß gemacht zu bauen. Sehr viele Details. Und ich habe nichts abgerupft bisher. Ich bin so stolz auf mich. Wie machen wir das jetzt? Machen wir am besten so. Staffelei war noch dabei. Aufkleber kommt da drauf. Stell ich mal nebenhin. Ist jetzt nicht so. Das Ding. So, dann haben wir gebaut das erste Stockwerk. Da haben wir in der Ecke auch ein Schreibtisch. Unglaublich viele Details. Irgendwas. Ach, Schränke. Ach, nee, Quatsch. Da ist eine Vitrine in der Mitte. Da liegt eine Fliese drin, die wackelt hin und her. Hier haben wir diesen Zeitungsartikel im Schrank, den wir hier hinten gebaut haben. Sehr schöne Details. Weil jetzt auch, dass der Boden nicht gefließt ist, stört mich hier gar nicht so. Ich finde, allein durch die Details, hier der schöne Schrank, da noch ein Schreibtisch mit dem Space Shuttle angedeutet drauf. Mega cool. Hier drüben noch eine S-Ecke. Und da die neunte Minifigur. Ohne Gesicht, ohne alles. Einfach nur so ein blauer Astronauten im Tischchen. Hier drüben den Wasserspender, den fand ich gerade. Der muss ich euch nochmal zeigen. Und nebendran so ein Automat, das auch sehr cool gemacht. Sehr schöne Details bei dem Set. Das hat echt Spaß gemacht. Das setzen wir hier so drauf. Gucken, dass wir nichts dabei kaputt machen. Scheint scharf zu sein. So. Hier wieder mit den zwei Bannen, die klappe ich jetzt mal hoch, sonst habe ich die gleich wieder irgendwo hängen geblieben. Ja, die Dachterrasse des Observatoriums oder so würde ich das nennen. Sehr, sehr cooles Mikrobald-Fanglas-Teleskop. Nebendran Ferngläser, schöne Fahne. Hier außen ist der einzige Bereich, der komplett gefließt ist. Fliesenqualität ist okay. Nicht hervorragend, aber okay, bis gut. Funkantenne, ja. Und hier halt, ich habe jetzt nicht allzu viel los. Bisschen Treppe drin. Hier war es schwer, dass wir hier noch eine Reihe Bricks unten drunter gesetzt haben, damit die Etage eine gewisse Höhe bekommt. Was dann hier mega cool aussieht. Mit dem schwarzen Strich dazwischen. Echt cool. Die ist bei der Banner runter. Ja, hier vorne müsst ihr halt noch überall die Aufkleber drauf denken, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ist ein bisschen schade, aber gut, kann man mit Leben, würde ich sagen. So, und dann noch zur Kuppel. Muss ich jetzt nochmal komplett auseinandernehmen. Ja, machen wir es, wenn wir doch so ein Fazit machen, machen wir es doch dann komplett. Hätten wir gleich machen können. Hier haben wir eine schöne Kuppel gebaut. Zeige ich euch gleich von außen nochmal, wenn sie komplett ist. Hier innen drin auch sehr viel Dekogramm, sehr viele Prints. Nett gestaltet, wirklich schöne Ideen. Echt cool gemacht. Die Funktion hier mit dem Teleskop finde ich einen netten Gag. Dass man das so runterdrehen kann. Echt mega. Hat Spaß gemacht. Dann kann man das hier draufsetzen. Wie ihr seht, ist es recht stabil. Kann man auch ein bisschen holimentär mit umgehen. Alles klar, kein Problem. Und dann kann man das hier draufsetzen. Wem das stört, dass das hier so ein bisschen kratzt, Der kann einfach ein 2x2-Blade nach drunter setzen. Dann kommt mir ein bisschen höher. Dann dürfte es noch ein bisschen einfacher zu drehen sein. Aber es geht. Ich frage mich halt, wie oft man das hin und her dreht. Dieses wunderbare Set. Ich finde es mega cool. Wir wissen es noch mal kurz aus, Da es hier ein bisschen über die Blade hinaus geht. Ja, der Baum ist jetzt gestaltet. Ich nehme mal die Maße mit. Dann ist es 36 cm in der Breite. Ja, das war die Breite. Und 30 cm in der Tiefe. Und knapp 39 cm hoch. Das wiegt auch ganz schön was. Wie gesagt, knapp 4000 Teile. 3900. Coole Sache. Schönsteine Qualität. Auch zum Ausschlachten durchaus geeignet. Also, allein dieser Klotz hier oben an weißen Teilen. Die großen, einmal 1x5, einmal 2x5. Dutzende da dabei. Auch große Bricks. 2er, 3er, 6er, Blades. Unendlich viele in weiß. Fliesen in weiß. In dark green. Jede Menge. Also, auch zum Ausschlachten bestimmt kein verkehrtes Set. Schreibt mal eure Meinung drunter. Habt noch einen schönen Tag. Und denkt immer dran, Klemmbohrsteine verbinden. 1. 2. 9. 12.